Happy Birthday Mula Bux Katoha, Happy Birthday Chukutu Kuma, Happy Birthday M.D. Opu, Happy Birthday Eska Dangar Fouji, Happy Birthday Kav Sarbos, Happy Birthday Raul Sen, Happy Birthday Ska Shimpun, Happy Birthday M.D. Zahid Ansari, Happy Birthday Sahil Mewati Riel, Happy Birthday Thomas Damm und ich spiele mal wieder Free Fire und in Kreativ Modus. Viel Spaß. Okay, anscheinend habe ich einen Jam Jam Team Dev Round 1, 1 gegen 1, also ich kämpfe gegen einen anderen, bin ich mal gespannt wie das wird, manchmal schnell meine Maus weg, Ich höre was? Es geht los? Ach, doch was kaufen. Ähm, nee, kein Scharfschutzgewehr. Hier, nimm mal den. Ich habe die Bestätten, die Machtkraut von mir. Ich werde die Bestätten, die Scharfschutzgewehr zurückdemonstration haben. Diesen Teilen, der Scharfschutzgewehr. Hier haben wir die Scharfschutzgewehr. Ich habe die Scharfschutzgewehr. Hier habe ich mich hier überrascht. Ich habe die Scharfschutzgewehr. Hier habe ich AngeOME, die Scharfschutzgewehr. Double kill! Wow, das war ja nice! Habt ihr was gesehen? Uh! Double kill! TRIPLE KILL Ja, loo! Zwei Kills hab' ich. Ich weiß zwar nicht, was jetzt hier mit Jump'n'Run sein soll, das ist ja eigentlich nur... Wow! Das war ja mal... ...schöne Runde. Ach, ich war jetzt schlechtest aus unserem Team. Aber gewonnen, das soll's. Gut. Dann will ich mir sagen, wir springen zum nächsten. Bis gleich. Okay. Evolution. Point Card. Ja. 4 gegen 4. Auch komisch, grad stand 1x1, aber es war 4x4. Und das ist ja das Spiel, das wir ja schon öfters gesehen haben. Ich hoffe ja mal, dass ich hier ein bisschen besser abschneide wie ihn gerade. Warte mal. Schnell level? Es... Paarell? Ja! Jawohl! Jawohl! Schnaufladen! Ah, hinten hat er sich versteckt. Wacht, die Linger verlieren? Das kann ja nicht wahr sein. Kopfschuss! Ei! Ah! Ich musste näher ran, ich hab ne Shotgun! Immer noch die Shotgun? Das gibt's doch nicht. Ich hab das scheiß Symbol, also man sieht wo ich bin. Weggeflext! Yeah! Gute Arbeit! Nein! Einmal Feuer daneben geschossen. Das, 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 das! Ja! Hui! Aufladen! Gute Arbeit! Deine Tür ist einer. Ach, da oben war der. Ja. Head there! Ja! Was war mit Sinn? Anergi lern! Oh, ich komm mehr Energie, mehr Energie! Okay! Boah! Taro sind 100! Ich hab das gemacht! Gegner gesichtet! Gute Arbeit! Ich hab nur mit Pistole! So ein Mist! Gegner gesichtet! Da oben war der! Okay! Haben wir noch ne Pistole? Gibt mir doch mal ne richtige Waffe! Gibt mir doch mal ne richtige Waffe! Hä? Hat er grad vorher geschossen oder er ist dann da? Was war das gewesen? Er ist durch die Wand gesprungen? Head there! So! Wir liegen nur mit einem Punkt vorne! Oh nein! Jetzt hab ich ne Pfanne! Ja! Gewonnen! Nice! Nice! Ah, das war ja mal wirklich zwei richtig schnelle Runden sag ich mal. Ich glaub ich mach noch ne Runde. Ah, ich war nur noch der zweite. Egal! Passt! Gewonnen! Die nächste Runde kommt. Und die letzte. Und wieder die gleich Runde. Übrigens, ich weiß jetzt warum ich auch äh... gestern so schlug war. Was heißt so schlecht? Was sag ich jetzt mal? Was heißt so schlecht? Ähm... Ja! Weil... Die Leute sind zur Zeit bei mir ein bisschen stärker geworden. Weil ich bin kurz vor der Master Liga. Der Meister Liga. Ich bin noch in der Hero League. Aber... Es ist wirklich kurz vor der Master Liga. Also der ersten Liga sag ich jetzt mal. Und... Dann trifft man auf stärkere Gegner. Und die Leute sind, glaub ich, ein bisschen zu stark für mich. Hero geht noch. Hab zwar auch manchmal meine Probleme da mit Hero. Aber... Hey... Aber... Master ist... Rohr. Das gibt's noch nicht. Was gibt's doch nicht? Was ist denn los hier? Wer will einfach nicht sterben? Ach, das war er gar nicht. Ich wollte grad runter gehen. Mit meiner Energie. Nein! Und dann... Ach... Der muss doch irgendwie sterben. Kann ja nicht sein, dass er nicht stirbt. Jawohl! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Geht doch! So Leute! Ah! Da hat er sich erstreckt. Clever! Hab ich auch schon paar mal gemacht. nein ok ich habe eine schrotflinte also sprich ich muss nah ran an den gegner und da schießt schon einer so den haben wir erstmal umgenähtet ich habe gerade überlegen scheiße wo waren die knöpfe das muss ja unten gucken ist bei mir immer so wenn ich irgendwie so ein bisschen hektisch stress habe dann vergesse ich alles ich glaube das sieht nicht gerade sehr gut für uns aus kann doch nicht wahr sein der muss doch sterben er muss doch sterben mein auf land schneller da war einer niederlage neun schade gut dann sage ich mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn aber nicht so wie seid denn bistatt herzlich vers Litips 2019 unser z zeichnet die im dem Bis zum nächsten Mal.